Also das Ganze war angefüllt mit sehr dramatischer Rhetorik. Robert Habeck sagte zum Beispiel, wir halten dagegen, gegen die Wirtschafts- und gegen die soziale Krise, die droht. Das sei ein großer und bedeutender Schritt. Und Finanzminister Lindner ergänzte, hier würde zurzeit ein Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit geführt. Also, das ist die Meldung des Tages. Die Ampel-Koalition hat sich auf diese Gaspreisbremse geeinigt. Wir wollen das Ganze politisch und inhaltlich bewerten mit meinem Kollegen Gerd Joachim von Fallois. Gerd, vor der politischen Bewertung wollen wir erst noch mal vielleicht ein bisschen darüber sprechen, was das für uns Verbraucher denn jetzt bedeutet. Also die Gasumlage ist vom Tisch, der Staat deckelt den Gaspreis. Was bedeutet das denn? Kann man jetzt davon ausgehen, dass der Staat so 100 Prozent irgendwie das Ganze sozial verträglich gestalten wird? Nein, das kam eben bei der Pressekonferenz ein bisschen kurz. Aber Robert Habeck hat die Frage eines Kollegen beantwortet. Es gibt ein Expertengremium, was gegründet wurde, nachdem das Ganze in einem Desaster zu enden drohte am Wochenende mit der Gasumlage. Jetzt ist die Regierung also umgesattelt und sagt, wir werden die Bürger nicht noch mehr belasten, sondern erst mal entlasten. Das ist sicherlich der richtige Weg. Aber wie groß diese Entlastung sein wird, 200 Milliarden für den Einzelnen, das ist noch nicht ganz klar. Denn diese Expertenkommission wird erst am kommenden Wochenende genau beraten, welches Modell man favorisiert. Die Franzosen zum Beispiel übernehmen als Staat 100 Prozent der Kosten bei den Kunden. Das wird der deutsche Staat nicht tun, denn man wird einen Anreiz setzen wollen, um Energie zu sparen. So war es allenthalben zu hören. Es gibt ein Modell, das 80 Prozent sozusagen als gedeckelter Gaspreis, Bezugsgröße, das Vorjahr voraussichtlich einberufen wird. Und dann werden die 20 anderen Prozent eben zum Marktpreisen von dem Bürger gestemmt werden oder erspart. Und das Sparen ist ganz dringend notwendig, denn im Monat September, das sind die Zahlen von heute, haben wir 14 Prozent mehr Gasverbrauch als im Vorjahr. Das ist alarmierend. Das können wir uns nicht leisten. Ja, man darf auch gespannt sein, wie die Märkte darauf reagieren, auf diese Entscheidung heute, also zur Einführung dieser Gaspreisbremse, sozusagen zur finanzpolitischen Bewertung. Gerd, das Handelsblatt hat mal schon vor der Pressekonferenz ausgerechnet, also jetzt kommt dieser Abwehrschirm in Sachen Gaspreisentwicklung, 200 Milliarden bis zu 200 Milliarden, 100 Milliarden für die Bundeswehr und 60 Milliarden für den Klimafonds. Also alles nicht in einem Jahr, sondern in der ganzen Legislaturperiode macht zusammen einen Schattenhaushalt von 360 Milliarden bei 445 regulären Haushaltsplänen für das nächste Jahr. Von Schuldenbremse kann doch da überhaupt keine Rede mehr sein, oder? Doch, rein haushalterisch muss der Bundesfinanzminister im kommenden Jahr im Bereich des Haushalts keine neuen Schulden aufnehmen, deswegen, oder fast keine, muss ich sagen, deswegen im Rahmen der Schuldenbremse darf er ja 0,35 Prozent mehr aufnehmen. Also deswegen ist die Schuldenbremse tatsächlich gesichert im kommenden Jahr. Diese Schattenhaushalte, wie Sie sie gerade genannt haben, die hat es immer schon gegeben, zuletzt bei Corona, da ist ja der gleiche Posten bedient worden mit 600 Milliarden Euro. Jetzt also 200 Milliarden Euro und das ist eben das Geld, was zur Verfügung steht. Das hört sich sehr, sehr viel an. Der Bürger wird auch noch zusätzlich, Sie haben es gehört, entlastet dadurch, dass die Mehrwertsteuersenkung auf Gas stattfinden soll. Das sind, glaube ich, 11 Milliarden und gestern hat man noch rein verhandelt, dass auch die Fernwärmekunden diese Mehrwertsteuersenkung bekommen werden. Also da kommt nochmal ein kräftiger Schluck drauf. Aber wenn wir uns mal die aktuellen Preise ansehen, dann ist diese Summe gar nicht so groß und mächtig, wie sie erscheint. Denn, da muss ich direkt mal die Brille aufsetzen, 192 Euro kostete vorgestern, die aktuellen Zahlen habe ich im Moment nicht, eine Megawattstunde. Vor einem Jahr war das noch an die 20 Euro und da sehen Sie schon den Unterschied und die Dramatik der Lage. Das war ja eine einigermaßen beeindruckende Pressekonferenz, wie ich fand. Also der Kanzler hat ja auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, worum es ihm geht, nämlich um den Schutz vor den, ich sag jetzt mal, Eskapaden und der hybriden Kriegsführung von Putin. Was heißt denn jetzt aber das Ganze sozusagen für die Ampel manchmal? Abgesehen davon, dass man sich fragt, warum das zwei Tage vor der Einführung der Umlage erst kommt. Es fiel ja auf, dass Robert Habeck sich beim Finanzminister ausdrücklich bedankt hat. Ist Habeck so etwas wie der große Verlierer dieser Aktion jetzt oder wie würden Sie das bewerten? Die Bundesregierung hat gemeinsam gerade nochmal die Kurve gekratzt. Ich habe es ja vorhin am Anfang schon bewertet. Die Zielrichtung, den Bürger zu schützen, ist richtig und nicht, wenn das Gas immer teurer wird, dem Bürger dann auch noch 2,4 Cent mehr aufzuverlegen. Das war von Anfang an eine ziemliche Schnapsidee in so einer Krisensituation. Und der Bundeskanzler hat das Ganze dann als Chefsache an sich gezogen, gemeinsam mit Christian Lindner. Und in der Tat kann sich Robert Habeck auch bei dem Finanzminister und dem Kanzler bedanken. Es fällt schon auf, dass die Gesetzgebung mehr als holprig war, vor allen Dingen im Wirtschaftsministerium. Und dass man in der Tat hier gerade noch die Kurve gekratzt hat vor dem Samstag, das war dringend notwendig. Denn dieses Konstrukt der Gasumlage, die ab Samstag kassiert worden wäre, ohne dass sie wirklich abgerechnet wird, weil man sie Ende Oktober dann kippen wollte. Das hätte kein Mensch verstanden. Also insofern ist das jetzt hier eine Gesetzgebung, so wie man sie erwarten kann, eine saubere Gesetzgebung, die man auch als Bürger nachvollziehen kann. Wie hoch die Entlastungswirkung für den Einzelnen ist, das lässt sich allerdings heute noch nicht sagen. Aber es ist so, dass das Schlimmste sicherlich abgewendet worden ist, auch für die kleinen und mittelständischen Betriebe, die ja auch im internationalen Wettbewerb teilweise stehen und geschützt werden müssen. Und ich habe es gerade am Anfang gesagt, die Franzosen sind da sehr offensiv vorgegangen, genauso wie die Briten. Und insofern muss man auch diese Aspekte immer einpreisen. Wir sind ja nicht allein auf der Welt, aber wir haben, und das hat der Bundeskanzler sehr deutlich gemacht, Wir haben die Möglichkeiten und wir werden sie nutzen, um auch diesen Wirtschaftskrieg, den Putin da angezettelt hat, zu gewinnen. Gerd Joachim von Vollwar, ich sage vielen Dank für diese Analysen und einen schönen Tag noch in die Hauptstadt.